Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen und zwar Neuer hat sich verletzt, aber ist dennoch die Nummer 1 bei der EM, also Nagelsmann hat es bestätigt, dass Neuer definitiv erster Torwart sein wird, falls natürlich nichts Schlimmeres wie eine Verletzung dazwischen kommt. Und ja, mich würde am Anfang erstmal interessieren, was ist eure Meinung dazu, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr Neuer oder Ter Stegen im Tor sehen, wer hat es eurer Meinung nach verdient am meisten, wer sollte am Ende drinstehen im Tor und schreibt das schon mal gerne rein und danach würde ich dann auf jeden Fall meine Meinung einmal sagen dazu, zu dem ganzen Thema. Lass auch gerne an der Stelle ein Abo da, um die neuesten Themen nicht zu verpassen und gerne auch mitzudiskutieren dabei. Und zwar, was man vorweg eigentlich festhalten muss, ist, dass für mich es keinen großen Unterschied macht, wer am Ende im Tor steht. Also ich glaube, ob da ein Neuer steht oder ein Ter Stegen, das wird keinen Unterschied machen. Das sind von den, ich sag mal jetzt großzügig, Top 5 Torwarten aktuell, sind das einfach zwei Stück. Ja, ähm, und es ist halt, ob wir jetzt den einen oder den anderen Weltklasse-Torwart haben, macht halt am Ende keinen Unterschied. Wir sind mit beiden richtig gut. Dennoch muss ich sagen, dass ich einen Favoriten habe, ähm, auf jeden Fall der im Tor soll. Und zwar, was ich generell finde, ist eigentlich, ich finde es geil, junge Leute, beziehungsweise, ja gut, Ter Stegen ist jetzt nicht viel, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich finde es generell eigentlich gut, junge Leute, die sich beweisen wollen, die hungrig sind noch und auch vor allem dieses Momentum haben, dass sie einfach momentan im Verein, und man empfiehlt sich halt über den Verein und über deren Leistung, ähm, dass man dort einfach richtig gut drauf ist. Und dann soll man den Jungs die Chance geben. Sagen wir mal jetzt einen Maxi Mittelstadt und so weiter. Obwohl, da haben wir nicht vielleicht einen, haben wir nicht genau, äh, ach, wie heißt das, ein Beispiel? Aber ansonsten auch eben, wir kennen dann Robert Andrich, gib ihm die Chance. Der will sich beweisen, der ist bei Leverkusen gut und, ähm, ja, dann finde ich, sollte man denen auch mal so einen Goretzka vorziehen, wie es jetzt ja auch gemacht wurde, ne? Und generell, das, finde ich, sollte man schon, ähm, schon machen. Aber, man muss halt einfach sagen, ähm, was ich auch mitbekommen habe, den Vergleich, den fand ich auch sehr gut. Und zwar ist es, dass Neuer dort häufig mit Buffon verglichen wird. Es ist einfach eine Legende und man kann sagen, was man will. Für mich persönlich ist Neuer, aufgrund auch, wie er das Torwartspiel generell revolutioniert hat, ist es der beste Torwart aller Zeiten, beziehungsweise von meiner Generation jetzt hier, ähm, in den 2000er Jahren, ja? Ja, ähm, für mich, klar kann man noch gegen argumentieren, aber trotzdem, der ist auf jeden Fall ein Top, Top, Top Torwart, ja? Und zeigt sich auch, dass er ja bei der Ballon d'Or-Wahl, ähm, 2014 auch, äh, unter den Top 3 war, wenn nicht, äh, müsste eigentlich gewesen sein, ja? Äh, also Neuer, der ist, der ist krank, für mich der Beste und es ist einfach eine Legende, der auch eine Führungsstärke hat, der Kapitän jahrelang war bei Bayern und, ähm, Nationalmannschaft und, ähm, ja, das Ding ist für mich einfach, den musst du halt drin haben, den musst du halt drin haben. Und es ist auch einfach so, dass, ähm, ich hab irgendwo ein Interview, hab ich, äh, oder irgendwie eine Aussage von einem Spieler, hab ich auch mal mitbekommen. Der hat da auch gesagt, und zwar, ähm, ich glaub, das war irgendwie so ein bisschen noch so ein jugendlicher Spieler, ein jüngerer Spieler bei Bayern. Und zwar, der hatte auch gesagt, ja, da war, lief's dann mal auf dem Platz oder so vielleicht nicht, oder er hatte mal irgendwie einen Fehler gemacht, aber er hat sich dann umgedreht, ähm, oder beziehungsweise, gehen wir erstmal vorne, er hat vor sich irgendwie einen Thomas Müller und noch wen gesehen, sag ich mal, und dann hat er sich umgedreht und sieht dann Manuel Neuer und einen David Alaba. Da meint er auch so, der kann ja jetzt nicht irgendwie schlecht drauf sein oder mental, äh, abschalten und irgendwie was, sondern die, äh, haben den so gepusht alleine, dass sie, dass sie nur auf dem Feld waren und die, was für einen Biss die haben. Und das ist ja auch genau das Gleiche. Wenn, wenn wir welche haben, die irgendwie noch ein bisschen unerfahrener sind, die sehen dann einfach, wie wir vorne, äh, wie einen Toni Kroos haben, wie ein, äh, ein Rüdiger, ein, ähm, und ein Neuer im Tor einfach, das, das pusht Leute, muss man einfach sagen, das pusht einfach alleine, dass Kroos zurückgetreten ist, was pusht, sollte das eigentlich Spieler pushen, damit die nochmal Gas geben einfach, dass er, dass Kroos sich da überwindet, sag ich mal, obwohl er sehr viel eigentlich nur verlieren kann oder es, ähm, ja, an seiner Stelle, dass sie einfach für den mitkämpfen, muss man einfach so sagen und deswegen ist halt Neuer echt ein nicht unterschätzter Faktor, Des Weiteren muss man auch wirklich sagen, Neuer beinhaltet eine Möglichkeit und zwar ihn als Kapitän aufzustellen, ja, wir haben Kroos und Neuer, die man rein theoretisch als Kapitän eventuell noch aufstellen kann, anstelle von Gündogan. Und zwar ist es nämlich für mich das Problem, Gündogan muss sich jetzt in den zwei Spielen gegen Frankreich und Holland, ähm, wir werden die Formation sehen, aber dennoch, eigentlich bin ich eher ein Freund, nicht drei Zehner zu haben, sondern wenigstens einer von denen, ähm, ich sag mal, ja, du hast wie jetzt als rein Zehner, finde ich, Musiala hast du vielleicht einer, der dann, ähm, von außen in den Halbraum gehen kann, also auch ein bisschen mehr als Zehner agieren kann und dann finde ich es aber ganz gut, wenn du einen Flügelspieler aufstellst und wir haben mit Sané und Führig zwei Gute, die diese Position übernehmen können und, äh, da bin ich eher ein Freund von, deswegen finde ich, dass für mich Gündogan momentan noch sich beweisen muss und Neuer beinhaltet einfach eine Möglichkeit, eventuell auch Gündogan zu sagen, okay, das passt nicht unbedingt, ähm, mit drei Zehnern, ähm, den rauszupacken, beziehungsweise muss Gündogan sich dann mit Wirz, äh, konkurrieren einfach, um diese zentrale Zehnerposition und, ähm, ja, das ist einfach auch nochmal ein Vorteil von Neuer, auch wenn man den natürlich, äh, mit Groß allein schon hat, ja. Aber, ja, für mich ist es im Endeffekt einfach so, Neuer sollte spielen, ähm, es ist auch einfach so, dass die Leistung zwischen, ähm, Neuer und Ter Stegen sehr nah beieinander ist, ja, vielleicht Ter Stegen ticken besser, würde ich sagen, als Neuer momentan, aber die anderen Faktoren, die ich gerade gezeigt habe, oder die, ja, die ich aufgezeigt habe, die, äh, überwiegen das ein bisschen, dass diese Leistung, äh, wo Neuer nur minimal hinter Ter Stegen ist, dass dieses aufgefangen wird, genau, das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied bei, äh, sag ich mal, Wirz und Müller, die auch auf einer ähnlichen Position spielen, sag ich jetzt mal einfach, und das ist einfach Wirz deutlich besser als Müller, muss man ja sagen, von der Veranlagung her, äh, wie er gerade momentan drauf ist, deswegen sollte da Wirz spielen, aber bei Neuer, der ist, der ist ähnlich wie Ter Stegen, da kann man nicht wirklich was gegen sagen und hat sich auch wirklich wahnsinnig gut zurückgekämpft, das muss man den auch wirklich lassen, und der spielt ja nicht nur so ein bisschen gut so, ne, sondern der ist ja wirklich, hat sich ja richtig wieder gefangen, muss man sagen, äh, obwohl er halt so eine heftige Verletzung hatte, ne, und, ja, deswegen, Neuer sollte für mich im Tor sein, aber das Spannende ist halt wirklich, was für mich wirklich fraglich ist, Ter Stegen wird ja jetzt spielen, wenn der so krass überperformt, was machen sie dann, ja, weil man muss jetzt sagen, ich meine jetzt nicht nur Deutschland, sagen wir mal, würden beide Spiele zu Null spielen oder sonstiges, sondern die würden richtig viele Schüsse aufs Tor bekommen und Ter Stegen würde, die, sie würde seine besten zwei Spiele aller Zeiten spielen, sag ich mal, ne, was macht dann Deutschland oder Nagelsmann, das würde mich mal richtig, richtig interessieren, weil ich hätte keine Ahnung, weil es ist eigentlich so, dann, Ter Stegen, es hört sich dumm an und ich will auch nicht dieses mit, äh, ständig rumrotieren, aber den kannst du doch nicht dann aus dem Tor packen, wenn der halt wirklich perfekt reinpasst und Deutschland dagegen zwei Top-Gegner komplett alles rettet, ne, wäre auch nicht gerecht, meiner Meinung nach, ähm, also er hat jetzt einfach eine riesen Chance, ne, aber am Endeffekt muss man es abwarten, äh, die Spiele jetzt und ich schätze mal, wenn es nur eine solide oder sehr gute Leistung wird, dann wird Neuer am Ende noch im Tor stehen, ähm, in den nächsten, in der EM und in den Testspielen, falls nichts passieren sollte, ähm, und, ja, deswegen einfach abwarten und ich bin auch ein absoluter Freund davon, äh, oder Befürworter von dieser Entscheidung, jetzt schon klarzumachen, Neuer wird Nummer eins sein und auch wenn er einen Patzer macht gegen Ukraine oder in der Liga, äh, ich glaube, Ukraine ist das nächste Testspiel, nämlich dann, äh, kurz vor der EM, aber da auch einfach dann, ähm, ja, dass er den Rücken gestärkt hat und nicht irgendwie ein ständiger Wechsel, wenn einer einen Fehler macht, dann kommt der andere ins Tor und, 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 so weiter, wie es bei manchen Vereinen zwischenzeitlich war, ähm, und ich meine, bei Schalke müsste das ja gewesen sein, wo das dann auch so war, äh, ja. Deswegen finde ich das gut und es ist eh vermutlich letzt, ich denke mal, das letzte Turnier von Neuer wirklich als Stammtorwart und dann vielleicht auch das letzte große Turnier, der ist ja schon ein bisschen älter, ähm, und dann noch in Deutschland Time EM, passt perfekt, gibt ihm nochmal die Möglichkeit, vor allem, weil er halt auch gerade noch sehr gut ist und, ähm, ja, dann denke ich mal, Neuer wird im Tor stehen, aber man muss leider auch sagen, beide verletzungsanfällig oder mit Verletzungen in letzter Zeit ausgefallen, Neuer und Ter Stegen, ähm, deswegen ist eh alles dort möglich und hoffen wir mal, dass alles gut klappt.